Die historische Wahrheit ist allerdings desaströs unidentisch. Ist das eine Kapitulation vor der Unverfügbarkeit echter Erinnerungen? Äh, weiter. Franz! Komm her, du Luder! Jetzt! Bluppern! Alarm! Die Kaiserin wurde entführt! Wissen Sie überhaupt, wer und was ich bin? Eine Wehrsau. Das ist eine Frau, ein Skandal. Ich find's nicht schlecht. Ich mag ein Hüterzug ins Haar, Juno, wo der umhert, Dinge. Wenn Sie mich anfassen, schrei. Ah! Sie Fickst! Warum fallen wir nicht, Feldmarschall? Es ist nicht das, wonach es aussieht. Ach, Lissi, wenn ich doch auch solche Haare haben könnte wie du. Sei nicht traurig, Franz. Dafür hast du diese putzigen Locken am Popo und ich nicht. Wenn möglich, bitte wenden. Hüah! Hüah! Au! Nach der Schuh des Manitou und Traumschützer Prize Periode 1. Der neue Film von Michael Bulli-Habig. Also für mich ist das eine äußerst verhollene Verwitzlichung der Geschichte. Naja, also... Ähm... Lissi und der wilde Kaiser. Ein erschreckend ehrlicher Film über das süße Leben der Monarchie. Herbst 2007. Nur im Kino. Ist das? Ha 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 ha.